Rettungsleitstelle für Medikopter 117, bewusstloser Mann im Augebiet bei Sandbach. GPS-Koordinaten sind 464049 Nord zu 125172 Ost. Medikopter 117 to Munich Tower, request entering airspace Bravo Echo Delta for a rescue mission via Sandbach. Roger, climb to 1000 feet or below. Hier muss es sein. Die Rettungsleitstelle für Medikopter 117, bewusstloser Mann im Augebiet bei Sandbach. Der Patient ist schwer unterkühlt. Die Rettungsleitstelle für Medikopter 117, bewusstloser Mann im Augebiet bei Sandbach. Die Rettungsleitstelle für Medikopter 111, copper 500 Saltzelle Mann im Augebiet bei Sandbach. Vielen Dank.